Heute gehen wir in Appenzeller Park ins Clip'n'Climb. Da gibt es mega viele spannende Kletter-Challenges, Rutschen oder auch berühmte Stäge. Jetzt gehen wir auf den Time Traveller. Hier kann man eine Zeit auswählen und muss dann in dieser Zeit alle roten Knöpfe grün machen. Noch eine Minute. Jetzt gehen wir auf den Stairway to Heaven. Hier muss man auf diesen aufsteigenden Platten hochlaufen. Das ist schon crazy. Wir sind auf dem letzten Peeler. Beim Astroball muss man diese Bölle hochklettern, bis ganz hoch. Ich leide. Ja, Mann. Jetzt gehen wir zum Eis klettern. Da muss man sich mit diesen beiden Stöcken hier in diese Löcher festhaken. Es hält schon gut. Jetzt gehen wir auf die Rutschbahn. Da kann man sich in die Höhe hochziehen lassen, wo man will und dann einfach loslassen. Sieben, acht, neun... Jetzt gehen wir auf den Twister-Jug. Das ist ein Stäge, der sich einfach gegen oben dreht. Jetzt gehen wir im Face-to-Face. Da sieht man sein Gegenüber, wenn es klettert. Jetzt gehen wir auf den Jungle Vines. Da kann man sich wie alle anderen im Dschungel hochklettern. Jetzt gehen wir zum Speed-Climb. Da geht es wirklich um Geschwindigkeit. 44 Sekunden. Danke. Okay? Vielen Dank.